Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man Amazon Prime kündigen und somit zum Beispiel auch sein Probe-Monat-Abo beenden kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir einen beliebigen Browser, in meinem Fall Google Chrome, öffnen und anschließend einmal oben in die Adresszeile www.amazon.de einsetzen. Ich zeig das Ganze jetzt mal am PC, weil es für mich einfach leichter ist. Am Handy geht es natürlich genauso. Noch als kleiner Hinweis, wenn du zum Beispiel gestern noch deinen Probe-Monat abgeschlossen hast, dann kannst du natürlich auch sofort kündigen, aber du hast alle Prime-Vorteile noch 30 Tage lang kostenlos. Danach müssen wir uns natürlich dementsprechend mit unseren Zugangsdaten einloggen, was in meinem Fall schon geschehen ist und dann gehe ich hier oben einmal auf Hallo Manuel, Konto und Listen. Anschließend habe ich auf der rechten Seite jetzt auch den Reiter Meine Prime-Mitgliedschaft. Da klicke ich auch mal dementsprechend noch drauf und dann können wir hier oben rechts nämlich auch schon Verwaltung ihrer Prime-Mitgliedschaft sehen. Da klicke ich nochmal auf diesen kleinen Pfeil und kann hier unten auf Mitgliedschaft beenden auf Vorteile verzichten draufklicken. Natürlich möchte uns Amazon als Kunde nicht so einfach aufgeben, weswegen sie mir hier oben jetzt auch anzeigen, was ich jetzt seit letzten Oktober an Versandkosten eingespart habe. 377 Euro, also in meinem Fall renziert sich das Abo auf jeden Fall. Doch für das Video möchte ich es natürlich einmal kündigen, weswegen ich noch etwas weiter nach unten scrolle und auf ich verzichte auf meine Prime-Vorteile draufklicke. Anschließend zeigt es uns noch einmal an, ob ich nicht vielleicht doch eine monatliche Zahlung machen möchte. Nein, möchte ich nicht. Weswegen wir hier unten auf Mitgliedschaft beenden gehen und dann sind wir auch schon auf der letzten Seite angekommen, wo ich jetzt noch einmal gefragt werde, beziehungsweise wo es final gemacht wird. Mitgliedschaft und Prime-Vorteile am 18. Oktober 2021 beenden. Also bis zu diesem Datum habe ich dann auch noch meine ganzen Prime-Vorteile und wenn ich jetzt hier auf den Button draufklicke, dann ist Amazon Prime wirklich auch final gekündigt. Wenn du Amazon Prime doch wieder für 30 Tage lang kostenlos testen willst, um vielleicht einfach genauso viel bei den Versandkosten wie ich zu sparen, dann einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst auch schon direkt zur Seite, wo du jetzt Amazon Prime für 30 Tage lang kostenlos testen kannst. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.